Hey Osterstensternchen, was geht? Willkommen zurück zu einem weiteren Teil. Heute, wie soll's anders sein, auf meinem wunderschönen großen Account. Wir müssen heute ein bisschen in Capture the Flag spielen. Kristalle verdienen, Punkte verdienen, aber das mit den Punkten wird wahrscheinlich nichts. Von denen muss ich noch über 1000 machen. Nichtsdestotrotz, aber Kristalle sollten drin sein, vor allem mit Premium. Danach müssen wir rüber zu, ich glaube, Belagerung und dort Schaden machen, denke ich. Egal, gucken wir einfach mal. Ansonsten, was die wöchentlichen Aufgaben angeht, naja, tägliche Aufgaben beenden, war da glaube ich mit dabei. Und Overdrives und Allgemeinschaden. Schauen wir doch einfach mal, wie's wird. Okay, also, da hinten haben wir schon mal ein fliegendes Bauernkind, ja. Also, mittlerweile sind wir so weit, dass wir so kleine Drohnen unterhalb einer Kuh anbringen können, damit sie schwebend über die Wiese grasen können. Na, also nur damit ihr's wisst. Das ist ja, das ist so Stand der Technik, heutzutage. Das ist diese, das ist dieses, ähm, Ökologische, na, von dem man immer so viel hört. Das ist so dieses, dieses Bio. Das ist dieses Non-Vegane. Ähm, ich dachte, ich, ich hab Glück und, äh, Springer auch da über die Minen hat sich jetzt nicht so bewahrheitet. Na gut, egal, sei's drum. So, ich muss ja, ich muss ja hier Kristalle verdienen, also. Das ist die Prio Nummer 1, ähm, Punkte, Punkte werden natürlich auch gar nicht mal so übel. Muss man mal auch so sagen. Irgendwie, irgendwie, ich hab das, äh, ich hab da so, so das, ähm, das Gefühl, dass ich hier mal ganz kurz abhauen muss. Ich hab irgendwie so das Gefühl, dass die, dass die Minen nicht richtig zünden. Also, ich kann mich halt auch irren. Oh, heilst du mich? Das ist aber echt lieb von dir. Pass mal auf, hinter dir. Boah, haben wir gut hinbekommen. Ähm, Problem ist nur, jemand muss halt mal die Flagge holen, ne? Also, wär schon, wär schon geil. Nee? Na gut, na gut, dann warten wir hier mal ab. Ähm, ich kann meinen Overdrive aktivieren. Einfach, um meinem Team da vielleicht so ein bisschen zu helfen. Damit sie auch sehen, was, was mit den Gegnern da abgeht. Wo sie momentan stehen. Äh, aber, jo, solange halt natürlich jetzt niemand so unbedingt angreift, ähm. Müssen wir, müssen wir da auch nichts machen. Okay, okay, jetzt. Ich hoffe, das hilft ihm so ein bisschen. Ah ja, okay. Nicht ganz, nicht ganz, nicht ganz. Aber, ähm, der Overdrive, der läuft ja noch ein bisschen, ne? Kann man halt wenigstens, ähm... Ah, das wird, ey, das wird hier nicht spaßig. Boah. Das wird auch nicht spaßig. Also, die muss da jemand wegholen, ne? Ansonsten, ey, ich hab da so ein Problem. Aber ein ganz, ganz gewaltiges Problem. So. Dankeschön, dankeschön. Das war mega gut, liebes Team. Ihr seid die Besten. Freut mich. Alles klar. Alright. Ich hab mich sogar selber gekillt. Muss man mal auch dazu sagen. Ähm, der hat mit mir ein bisschen Pingpong gespielt. Egal. Egal. Hauptsache, wir gewinnen. Ja, das ist, das ist die Hauptsache. Dann gibt's nämlich noch mehr Kristalle für mich. Munkelt, Mann. So. Alright. Ich schnapp mir das doch einfach mal hier an dieser Stelle. Oh, Junge, ey. Ähm. Der spielt auch sehr viel Pingpong mit seiner Waffe. Aber, äh, ich denke mal, ne. Schade. Wär super gewesen, aber leider zurückgebracht. Na gut. Egal. Junge, der, der zielt einfach wie so ein, wie so ein Wahnsinniger, ja? Haut er einfach mal alles hier weg? Der, der, der muss ja nicht mal ziehen. Die, die fliegen irgendwie immer. Immer dahin, wo dann gerade auch einer steht. Boah. Junge, Alter. Das Ding hat ja Zielerfassung. Ist ja komplett in mich reingeflogen. Wow. Okay. Aber noch gebe ich nicht auf. Noch will ich eine weitere Flagge erobern. Mir noch ein paar Punkte sichern. Und, ähm, mal ganz kurz hier in der Base bleiben. Ja, sehr schön. Wow. Das war mal ne sehr gute, ähm, ne sehr gute, ne sehr, sehr gute sogar. Ne sehr, sehr gute Heilung. Habt ihr das gesehen? Oh, tragisch. Oh, tragisch. Mammut Overdrive gegen Mammut Overdrive. Leider gewinnt der, der den Overdrive als letztes gezündet hat. Oh, jetzt gehen die aber komplett ab. Die sind doch nur noch vier. Also eigentlich sollten wir das, ähm, hier über die Ziellinie bringen. Und zwar nicht zeitlich, sondern eher einfach vom, vom Score her. Ja, das wäre halt, ähm, etwas, mit dem ich mich anfreunden kann. Weil zehn Minuten lang noch so hier irgendwie tatsächlich über die, ähm, über die Zeit zu kommen, ist, ähm, ja, es ist dämlich. Ja, weil jetzt kommen natürlich da neue Leute mit rein. Und die haben halt auch einen schlimmen Gearscore von 9000. Das möchte ich mir hier nicht antun. So, was ich mir aber antun möchte, ist, äh, den da zu, äh, zu nehmen. Weg, wegzunehmen. Naja, immerhin 800 Schaden. Immerhin. Ich find, die Variation, ähm, hat sich gelohnt. Äh, man kann der Kugel nicht mehr so ausweichen. Das find ich, das find ich gut. Crap. Na gut. Wer auch immer mich da jetzt schon wieder angeschossen hat, war da, war da tatsächlich irgendein anderer noch bei uns? Schießt der, schießt hier jemand? Ja, okay, dann war der das. Na gut, äh, alles klar. Okay. Gut. Ähm, ihr habt nichts gesehen. Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ja, so muss es laufen. So muss es laufen, so will ich es sehen. Prima. Es steht zwar noch immer 2 zu 0, aber, ähm, ja, dass da noch immer die Mine liegt. Und vielleicht ist es auch schon eine neue. Egal. Ah, Leute, Leute, Leute. Ja, ich versuch ja hier ein bisschen zu helfen, aber ihr müsst auch mitmachen. Ne, also, hier, einfach nur, einfach nur, nichts machen ist nicht. Ja, wir, wir müssen hier, wir müssen zusammen agieren. Ja, als, als Einheit spielen. 11, 11 hab ich. Jetzt erober die Flagge doch mal. Ja, den krieg ich nicht. Ah, gut, aber immerhin Overdrive komplett verschwendet. Er hat sich zwar hochgeheilt, aber, ähm, wenn ich's richtig gesehen hab, hat er sich ja vorher sowieso schon geheilt. Also, insofern. Ah, prima. Das tut weh, du. Hat mir auch wehgetan? Ja, hätte er die Flagge erobert, dann, ähm, hätten wir jetzt nicht das Problem. Dass da jemand, ähm, abhaut mit unserer Flagge. Dass nochmal 2-0 steht, das ist, ähm, traurig. Spricht jetzt nicht unbedingt für uns. Ähm, aber na gut. Ist okay, ist okay. Ist okay. Komm, Rüdiger, lass es. Muss nicht sein. Das tut auch schon so weh. Oh Gott. Oh Gott. Oh, Junge. Das macht hier alles. Alter, 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 alter. Der Arme. Der Arme. Tja. Selbst mit Heilung. Hab ich ihn trotzdem nochmal, ähm, mitgenommen. Prima. Ja, so muss es halt, ähm, so muss es laufen, ja. So hab ich mir, schade. So hab ich mir das vorgestellt. Ja, prima. 3-0. Ähm, noch lange entfernt von dem eigentlichen Ziel. Ja. Was die, was die, was die Flaggen angeht. Aber na gut. Na gut. Das schmeckt. Prima. Oh, das schmeckt noch mehr. Oh, super. Ähm. Ja, Moment. Ja, keine Ahnung. Ach, schade. Immerhin, ich hab die Flagge angefasst. Vielleicht, wenn er, wenn er die nach Hause bringen kann. Vielleicht krieg ich ja da nochmal ein paar Punkte. Ähm. Willst du, willst du die, ja, jetzt musst du die sowieso droppen. Alles klar. So. Ähm. Da kommt jemand. Na gut. Jetzt ist es vorbei. So. Okay. Ich kann leider hier nicht mehr wirklich mithelfen, ne. Also, äh, macht mal was. Macht mal was für den Sieg hier. Ich könnte es dann natürlich auch fallen lassen, aber, äh, pff. Wozu? Boah. Haben wir genommen, Junge. Ja, den haben wir auch genommen. Ja. Ja, alles klar. Yo. Ich seh schon, wer die Flagge hat. Na gut. Ist egal. Ist egal. Wir haben noch, wir haben noch, wir haben noch Möglichkeiten hier. Wir haben noch einen Haufen an Möglichkeiten. Alles kein Thema. Oh. Au, Mann. Okay. Was soll's. 4-0. Ja. Wir führen, ähm, sehr gut. Ach, Jungs. Da konnte ich leider nichts mehr machen. Schade. Das wird dann wohl das 4-1. Naja. Was soll's. Wir haben's versucht. Oh, Flagge verloren. Oh. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh weia, oh weia, oh weia, oh weia. Ich, ich krieg das nicht hin. Außer, help. Komm, komm, komm. Umdrehen, umdrehen, heilen. Danke. Oh, nee, ey, das reicht doch nicht. Fahren, fahren, fahren. Oh, das reicht noch immer. Oh, perfekt. 5-0. Wow. Äh, wirklich, ähm, ganz knapp. Ja gut, ich hab ihn wenigstens noch ein bisschen aufhalten können. Das ist, das ist gut, das ist gut. Hat sich nicht getraut, weiterzufahren. Perfekt. Jetzt kann ich ihn mir hier abholen. Äh, du kommst nicht weit. Kannste vergessen. Oh, wow. Echt. Alter, der muss, der muss ganz slow sein. Komm, irgendwie, irgendwas, irgendwas. Naja, gut, schafft es auch in Ordnung. Ich hätte jetzt eher gedacht, so ein Smoky Schuss oder so würde es auch tun, aber schafft es natürlich auch in Ordnung. Eine gute Option hier. Ja, 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 ja. Komm, komm. Ey, der kümmert sich um mich. Der kümmert sich um mich. Ach nein, der andere ist tot. Ah, schade. Ah, ja, was soll's. Wir müssen, also wir persönlich können auch jetzt voll in der Verteidigung stehen. Ne, überhaupt gar kein Thema. Au, 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 okay. Okay. Mal ein Versuch wert. Das Gute ist, der ist halt nicht mit seinem Overdrive jetzt in unsere Base reingefahren, ne. Alter. Yo, chill mal. Du Monster, du. Junge, Junge, Junge. Au. Ah, nicht schlecht. Ah, schade. Hehe. Ah. Dieses, dieses Immune sollte man vielleicht mal um eine Sekunde verkürzen. Ich weiß gar nicht, wie lange das überhaupt geht. Aber ich hätte ihn gerne, ich hätte ihn gerne bekommen. Oh. Auch wenn's jetzt kein Kill wird. Aber, wenigstens ein bisschen Schaden beiden gemacht. Und, äh, von den Punkten her läuft's ja auch momentan, ne. Auch von der Platzierung her. Es ist ein gutes Match. Es ist wirklich ein... Holy Moly. Naja, ich hab's versucht. Es ist ein gutes Match. Komm, ich will wenigstens nochmal 5 Punkte hier bekommen. Ne. Damit ich wenigstens auf 500 komme. Okay. Kriegen wir das hin? Willst du? Ja. Danke. Aber wirklich sehr freundlich von dir. Jo. Das schnapp ich mir auch gerne noch. 525. Ähm, okay. Es wird knapp. Es wird knapp. Der zweite, der macht auch ernst. Ja, der Killer, der will's auch wissen. Aber ich, ähm, ich für meinen Teil will's natürlich auch wissen. Dann krieg ich wenigstens noch einen Assist. Super. Ähm, ja. Nur erober. Alright. Nochmal ein Kill hier gegönnt. Zum Abschied. Dankeschön. Dankeschön, dankeschön, dankeschön. Fast 2500 Grysalle sogar bekommen. Ähm, das... Ja, es lief. Es lief. So kann man's sagen. So kann man es sagen. Es lief. Geil. Natürlich mit einer sehr coolen Farbe. Falls ihr das noch nicht mitbekommen habt. Ja. Ähm. Aber damit habe ich die Aufgabe wenigstens beendet. 120.000 Schaden oder halt nochmal 600 Punkte machen. Okay. Oder 585. Je nachdem. Ähm. Für was entscheide ich mich denn jetzt? So, ich würde sagen, die Antwort ist für nichts. Man sieht sich im nächsten Teil. Macht's gut, lieber Sarah. Rinja und ist ja klar. Hau da rein.